Wieso dieser Durst nach Macht? Jemand mit Macht vernichtet meine Familie. Meine Schwester und ich sind als einzige übrig. Ich weiß alles über sie. Deshalb sind sie hier. Sie bringt uns dazu, ein großes Risiko einzugehen. Ich vertraue ihr. Man sagt, auf Rache folgt Reue. Doch das ist ein Märchen. Es ist eines der schönsten Dinge auf der Welt. Das Blut wird da vergossen, wo es entstanden ist. Hast du ein Gewissen? Auf wessen Seite stehst du? Nicht jeder kann gerettet werden. Play on Pictures. Play on Pictures. 기를geld1-Life -Infektor喔 – Nachdenke langstin. Här is ein Problem. Die Hände sind gesprankt. Die Hände sind bedek Operations.